servus glückung und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ist total mit dem ermord und bucky wetter hat geschrieben so junge ja so lange auf die eingeprügelt sie ist am spy kaputt als ich den jetzt schon auf den schädel gekloppt habe er war ja unten schon drinnen so wie sieht es denn generell aus jetzt hier irgendwo ist da noch irgendwas am eskalieren das müssen wir jetzt erstmal beseitigen kann ja eigentlich nur genau da in diesem lock sein da sind es aber richtig ohrenbewehr hier drin soll noch ein soldat sein wir haben es doch geschafft junge wo hast du dich denn reingepackt mein freund mein gott du bist doch gar nicht drin im stachel dran jetzt mal ernsthaft hier ist nichts wo würdest du da schaden nehmen den hat ich weiß nicht wo er sich reingebuggt hat irgendwo hat er sich reingebuggt hier ist irgendwo eine wand drin saustark meine güte alter hier ist kein stachel dran mehr und da ist auch nicht so ne jetzt nicht auf ja also unten im dingens war ja auch nicht hier der hat sich da irgendwo in die wand gebackt echt da muss ich ihn gleich so killen irgendwo hier reingebuggt ne sollen wir mal gucken wo er ist komm ja ist doch gut ey damit komme ich nicht weit wie ist er denn da hingekommen hier seht ihr da ist zu hier ist auch zu aber der hat sich echt da reingebuggt ne ist alles zu kann da nicht reinkommen ne ist echt reingebuggt zack wieder aus ja habt ihr das auch mal gesehen falls ihr das noch nicht kennt so wo waren wir die ganze zeit hier waren wir gut bevor wir da haben wir sogar noch welche ja es ist ja nichts passiert hier wie ihr seht also eins zwei drei ganze vier spikes weg Stil habe ich nicht zum reparieren aber das reicht auch wenn es bis zur nächsten Horde wieder aufs Ziel ist so für das normale Krypse was so rumrennt dann reicht es auch so ja jetzt hat er Schaden genommen durch irgendeine Rumgebagge ansonsten war das eigentlich alles hier recht easy peasy auch vom Schaden her ja hier was sie sich hat da durchgepackt haben so ein bisschen brauche ich auch gar nicht reparieren die müssen wieder raus die Rams die Rams da kommen richtige Blöcke rein wie hier auch es ging ja man konnte ja trotzdem noch looten und ihr seht ja die Blöcke haben jetzt auch nicht viel Schaden genommen ich weiß nicht wo sie dann eher drauf gekloppt haben also ja die anderen beiden Seiten waren ja gar nichts da war gar keine Action also dafür dass alles über die Seite kam ist relativ wenig durch ja hier die also wenn wir die auch noch aufs Ziel machen dann gehen die auch nicht relativ also aus Versehen drauf dann haben wir noch Poolblöcke ja haben wir auch noch Platten die können wir auch mit raus nehmen es kam mir jetzt auch gar nicht so viel vor jetzt ich spiele mit 20 Zombies machen wir irgendwie wir hatten kopiert oder schon richtig also einer war weg ja da sind sie dann halt und dann haben sie sich irgendwann hier hochgepackt warum auch immer aber ihr habt ja gesehen bis nach ganz vorne kam sie ja fast gar nicht also das war schon schon nice gut war jetzt ein leichter Hole das muss man dazu sagen müssen wir mal abwarten wenn wir mal irgendwie so 5-6 Cops haben aber wie gesagt wenn ich da noch Dart Traps einschalten kann und zur Not ein Shotgun geschützt was mich unterstützt denke ich haben wir gute Karten und können trotzdem einigermaßen gut was looten weil wir dann jetzt die Spikes hier sogar noch nochmal eine Stufe höher kriegen auf das Polierte ja ich bin zufrieden bisher mit dem Test ich meine cool okay wir hatten jetzt auch wenig Hunde ne gar keinen ich habe gar keinen irgendwie gesehen vielleicht dass die die Blöcke hier mehr attackieren aber ansonsten bin ich zufrieden also ja wie gesagt die eine Ecke da haben sich halt einige aufgehalten eine Zeit lang das müssen wir dann echt mal da irgendwie ein Geschütz hinstellen aber ihr seht ich kriege auch alles repariert von hier aus ähm aber das machen wir jetzt gleich von außen den Rest da muss ich ein paar Gubbelstonis einpacken ja leider konnte ich jetzt mit dem weil ich natürlich hier unten bin ja das wollte ich gar nicht mein Gott das nicht wirklich beobachten jetzt äh wie ist denn mit dem Stacheldraht überhaupt die sich daran die Beine brechen weil sonst kann ich mir den Stacheldraht schenken also ihr habt gesehen jetzt die jetzt aufgehalten werden oder nicht gut vielleicht haben wir deswegen so so wenig gehabt am Anfang dann erstmal ein paar da festhingen bis die dann kaputt gehen so normal das haut ja auch ein bisschen das hat uns das ein bisschen geholfen am Anfang hab auch schon drauf gewartet auf die Rolle alles andere hätte mich auch gewundert so noch schön Footballer ne na du Eierbiene das war's gut da hängen die Gänseite am Stacheldraht fest oh das können wir es ja mal beobachten oder das ist aber genau hier auf Augenhöhe so wie sind ja hier so viele die Gänseite am Stacheldraht das reicht alles das reicht alles ey hau mal nicht auf den frischen frisch lackierten Block mein Freund na komm das ist aber wieder ne komische Horle oder oh wie groß ui ui naja da kommen ein paar dicke jetzt ja es war langsam aber doch schon ganz gut ähm ähm und natürlich wieder die Seite ne wie soll's ja auch anders sein ey ihr Arschlöcher ich hab erst wieder gesetzt gehabt boah da seht ihr es macht keinen Sinn du kannst nicht einfach reinballern sobald du nicht die Birne triffst macht es keinen Sinn auf zu misszuschießen unglaublich gut wo ich muss ich auch nicht mitschleuren tch gut da räumen wir hier nochmal eben auf dann gehen wir mal eben raus ja ihr seht wie schnell die Spikes weggehen guck mal die hab ich grad erst hingesetzt und repariert gehabt aber erst checken wir mal was wir jetzt überhaupt gekassiert haben hier bei der boah 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 ich hab die schon wieder draufgehauen die Idioten jetzt hat die Haare 100 Block Damage raus wenn die freie Fahrt haben habt ihr gesehen wie schnell die Blöcke weg waren jetzt so was haben wir denn scrapen scrapen Pistolen können wir verticken Winchesters können wir auch verticken oh eine 480er Winchester das ist schon nice das ist echt schon nice da werden wir mal Spaß mit haben grab it grab it grab it erst mal ein Pinky daneben sollen 15 Pinky daneben 15 Pinky daneben huuuuuh ja vielleicht können wir aber nochmal ein paar äh Minen herstellen hier ist Sniper Rifle nice können wir gleich mal austauschen reparieren Steelschaufel in in 500 und das ist auch eine Bombe ich bin sie auf Versand vielleicht ja wo 36 nicht nur noch 31 hat sie also auch rentiert zwei MacDiver Bücher Rocket Launcher joa AK Barrel AK Parts ich finde sie irgendwie immer jede Menge Dosen ja jetzt ist nicht der Mega Loot aber das Sniper Teil ist ganz nett und hier die Winchesters sind natürlich ganz nett Pistolen hier auch Rockets alles zum verkaufen alles ganz gut können wir überall was mit anfangen und vielleicht können wir auch Rockets mal so langsam liegen lassen für stärkere Hohen wer weiß können wir uns mal reinnagern gibt zwei Punkte zack zack so stark kann direkt weg hier oh egal Mensch gut ähm ja ich überlege gerade ich schlöße jetzt erst wieder mit zurück oder eigentlich nicht oder hab ich das nicht hier haben wir hier noch haben wir glaube ich schon alle aktiv oder ja können wir noch nicht Ladykiller ja immer rein zack gut mhm das können wir mitnehmen Sniper Rifle Stock nehme ich mit rüber da kann ich kann ich in eine andere Sniper rein machen ich nehme auch mal das mit ne wir gehen erst reparieren jetzt komm jetzt hier nicht ganz durcheinander kommen mhm das war jetzt meine Hordenkiste so stark ach idiot boah ich kann da oben raus seh hin ja ja ich weiß alles alles gut so hält sich echt in grenzen muss ich sagen wenn man das jetzt mal mit der letzten Horde vergleicht badenstechnisch sieht das schon anders aus hier ne die Ecke haben sie halt ein bisschen angeknuspert hier ne ist aber wie gesagt auch nicht tragisch lag aber nur daran weil der eine komische revadiated ferale kackzummi sich da so ausgabt hat joa hm wie gesagt mit dem Stacheldraht hier ist ein bisschen was weg weiß ich nicht ob der Aufriss nicht lohnt die ganze Zeit aber ich denke nicht genauso wie die Dinger die lagen jetzt auch kaum Leichen ne die sind halt alle durchgerannt würde es vielleicht wieder mehr Sinn machen zu sagen zur Horde hin haus hier alles mit Holzbikes zu ja sehe außen ein paar Leichendingers aber so haben wir eigentlich den Loot alles abgegriffen ne aber fast alles halt sag ich mal also alles wichtige was sie so gekillt haben haben wir auch direkt gelootet das Dingchen war halt dass wir viele viele die so weit Peralen hatten die halten halt so verdammt viel aus ne dadurch ähm bei uns halt so im gesamten gesehen ein paar weniger Zombies so lange die leben kommen natürlich keine neuen gut ähm die anderen waren auch ja und das ist halt das nervige dann nehmen wir mal auf der Seite da würde ich auch mal einmal kurz einmal kurz durchchecken aber hier ist ja auch nicht viel passiert und wie gesagt mit der Zeit werden wir das ja auch alles aufs Ziel aufwerten hier auch hier diese Außenbinde halt auch hier diese Außenbinde halt gut machen wir das ja lauf lauf nach raus geh ich oben ja und hätte man hätte es ja echt noch auf die Spitze treiben können dass man sagt ähm man setzt nur Lucille ein oder so das wäre auch gegangen so ja Holzpikes weiß ich auch noch nicht ob ich okay die können wir mal in eine Reihe können wir draußen rum ziehen ja ja und jetzt aufheben hier geht's zack gut wie gesagt Waffen Zeug nehme ich immer mit rüber ich weiß ich werde später wieder zurück schlören müssen aber dann auch zum Händler Öl nehme ich auch mal drüber Mann 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 ähm gut das war ja auch noch was zwischendurch so kam im Moment das kann gleich weg alles dann haben wir hier noch irgendwie was wichtiges eine Pistole hier hier hätten wir noch mal zum Miku Challenge sehr gut das können wir noch mitnehmen das nehme ich auch mit weil ich werde auf jeden Fall zu unserem äh Händler vorne und da auf jeden Fall nochmal bis ich hier die Chemiestation baue das ist das ist das dauert ähm das ist aber auf jeden Fall mal ein Werkzeug mitnehmen ja dann können wir hier so ein Wrench brauchen wir auf jeden Fall ja ich bald werde ich die Schaufel jetzt mitnehmen ich meine wir haben noch Schätze zwei nehmen die Eisenschaufel auch noch mit können wir auch mal gucken wo die am Stiesse sind ja wie gesagt diese Pressure die hatten wir ja schon mal gebaut ja eben die kosten nur 8 Gunpowder also da können wir halt auch nochmal hier so ein bisschen das ist mehr so just for fun so normale Zombies ganze damit aufhalten Pops und so die laufen halt drüber so hier hab ich eh nix nix mit um das mal eben dann noch aufzuwerten naja Gott setzen wir die Reihe ja wie gesagt mit Stacheldraht weiß ich noch nicht ich lass ihn jetzt liegen ähm ja mal gucken aber ich denke im Großen und Ganzen weil ich sie ja auch nicht so einsehen kann weil ich ja natürlich da jetzt so ein bisschen unter äh unter ihr bin oder ich müsste halt am Anfang von oben anfangen bei der Horde oben drauf gehen dann kann ich ein bisschen wegsnipen so lange sie da noch am Stacheldraht hängen was könnten wir machen oder halt ähm Schockgang Geschütze oder generell Geschütze hinstellen natürlich keine Dingens hier keine Kiste naja packen wir sie ja erstmal hier rein Jut Händler Händler ich platz ja Händler ja Mh händler 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 ich könnte ihn noch reparieren das mache ich auch gibt es ein bisschen mehr kohle auch nicht brauchen gut leute ich nüse jetzt rüber wir sind aber auch bei 27 minuten also wenn es euch gefallen hat wie immer lassen da oben da alles andere in die kommentare freue ich mich immer drüber und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten folge wenn wir richtung händler düsen und eventuell vielleicht noch mal ein oder zwei schätze ausgraben mal schauen wieder in diesem sinne ist dann